Unfassbar! In einer alarmierenden Entwicklung hat der Konflikt aus Israel nach Deutschland übergegriffen und die deutsche Polizei steht vor einer machtlosen Situation. Bundeskanzler Scholz gab am Mittwoch in der Tagesschau eine schockierende öffentliche Erklärung ab, in der er zugab, dass er die Sicherheit der deutschen Bürger nicht mehr gewährleisten kann. Dies stellt nicht nur eine massive Blamage dar, sondern macht Scholz zum Risiko für die innere Sicherheit Deutschlands. Die Situation eskalierte, nachdem die deutsche Bundesregierung die Sicherheit Israels zur deutschen Staatsräson erklärte und den Hass der islamischen und arabischen Welt auf sich zog. Dies führte zu Angriffen auf israelische Einrichtungen und Juden in Deutschland, wobei antisemitische Parolen verwendet wurden. Dieser Anstieg der antisemitischen Gewalt wird auf die Aufnahme von Migranten aus muslimischen Ländern zurückgeführt, die in Deutschland erfolgte. Scholz appellierte öffentlich an die Bürger, sich gegenseitig zu schützen, da der Staat nicht mehr in der Lage sei, die Sicherheit zu gewährleisten. Dies ist ein alarmierendes Zeugnis für das Versagen der Bundesregierung, sowohl in Bezug auf die innere Sicherheit als auch auf die Verantwortung gegenüber den Bürgern. Das Krisenmanagement der Bundesregierung erwies sich als unzureichend, insbesondere bei der Evakuierung deutscher Bürger aus Israel. Während andere Länder ihre Bürger aus Israel ausflogen, wurden den deutschen Bürgern Gebühren für Evakuierungsflüge in Rechnung gestellt. Trotz dieser schwerwiegenden Versäumnisse und der offensichtlichen Probleme bleibt ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung bei, den Ampelparteien, die die Regierung bilden. Dies wirft Fragen nach der Zukunft der inneren Sicherheit Deutschlands und der politischen Entscheidungsfindung auf. Insgesamt ist die Lage äußerst besorgniserregend, da die innere Sicherheit Deutschlands gefährdet ist, antisemitische Gewalt zunimmt und die Regierung in der Krise scheinbar unfähig ist, angemessen zu reagieren.